Du hast es schon gesagt, deine Mama trainiert dir, aber deine Mama ist an der Tänze trainiert. Ja, sie kann sie immer wieder auf die Hände legen. Ja, natürlich, sie kann das ganz süß und immer noch machen. Wie Henning macht das auch immer. Guck mal. Die Chantal hat jetzt schon zwei wunderschöne Kleider ausgepackt, aber für die letzte Show fehlt ihr denen definitiv noch was. Wo hast du dieses tolle Kleid machen lassen? Meine Großmutter hat dieses Autos nicht. Ja, das stimmt. Wir spielen Musik, wir tanzen, wir sind wirklich eine Künstlerfamilie. Ich glaube, deine Oma ist dein größter Fan, aber jetzt bin ich auch ein sehr größter Fan. Danke. Mit so einer Kraft, mit so einer Leichtigkeit gleich zu sehen. Wir grazen hier ein bisschen zu ab. Und das Ganze immer mit einem wunderschönen Strahlen im Gesicht. Man merkt natürlich, dass du gerne dem Publikum schicken möchtest, was dich von mir ist. Und dann sagen wir herzlichen Dank. Und so tanzen wir aus Magelkur. Und so tanzen wir aus Magelkur. Nein. Hast du deine Balletsche? Ja, genau. Ne, das ist dann nur die, ach man, die ist so... So etwas will man noch gar nicht in der Düne lassen. Nein. Da bin ich stundenlang. Ich dachte so viel. Und das kleine Mädchen war nicht nur ein Zeug. Und das kleine Mädchen war nicht nur ein Zeug. Das war so ein Zeug. Das war so ein Zeug. Aber die WALS-Bahn war nicht nur ein Zeug. Ich darf still nicht mehr wegbeizten. Na ja.